Anni, wie ist so dein Verhältnis zu deinem Vater? Richtig gut. Ich habe Angst vor ihm. Warum? Weil er je zornig ist, stur und egoistisch, das weiß ich genau. Ich hab dich lieb, Papa. Bitte, ich auch. Jedes Mal, wenn meine Tochter bei ihrem Vater ist, muss ich um das Leben meines Kindes fürchten. Tom ist einfach nicht in der Lage, unsere Tochter ausreichend und gut an seinen Wochenenden zu versorgen. Warum ruft er da nicht an? Du kennst ihn noch. Arbeit ist ihm immer sehr, sehr wichtig. Wichtiger als ich? Ich würde Anni nicht versetzen. Das weißt du auch. Würde ich nie machen. Sie müssen den Kontakt mit ihrem Ex-Mann verweigern. Hallo, ich bin's. Wir sind hier umgezogen. Kannst du mich anrufen? Wir müssen dem Gericht einen Anhaltspunkt dafür bieten, wie sehr Anni unter der Situation deren Vater leidet. Und das ist alles legal? Selbstverständlich. Ich hasse ihn. Ich wünschte, er wäre tot. Ich wünschte, er wäre tot.